Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach du heilige Scheiße, was ist denn passiert? Irgendwelche Freaks haben uns überrascht. Wer bist du? Die haben einen kleinen Shih Tzu gesucht. Dann hat ein anderer Freak die Freaks umgelegt. Ist deren Blut. Von ihm ist die Kotze. Sag mal, willst du denn nicht im Bad das Blut und die Kotze wegwischen? Ich wurde heute beinahe umgebracht, weil du den falschen Hund geklaut hast. Meinst du das ernst? Wow. Was machen wir jetzt? Wir könnten es mit allen Dreckssäcken aufnehmen, vielleicht in der Wüste. Und was machen wir währenddessen im richtigen Leben? Wie geht's so? Wie er isst du? Halt die Klappe. In ein, zwei Tagen bringen wir dich zu deinem Daddy. Sei nicht traurig. Gib Pfötchen. Gib Pfötchen. Kein Pfötchen. Ist auch okay. Ich muss mich zusammenreißen, ich weiß. Mein Hund geht rauf dabei. Das nennst du zusammenreißen, Charlie. Billy! Du musst ihn zurückgeben. Der Hund ist entführt. Man gibt keinen entführten Hund zurück. Dann verliert die Entführung ja vollkommen ihren Sinn. Heb die Hände, Freundchen. Nein. Ich hab ne Waffe. Na und? Aber das ergibt keinen Sinn. Zu blöd. Ich geh dann arbeiten. Ist was? Bist du angepisst, Baby? Warum sollte ich angepisst sein? Weil du ne F***. Billy! Warten Sie da auf jemanden? Äh, nein. Okay, Sie wirken normal. Kommen Sie rein. Der Hund muss von der Straße. Er wurde entführt von einem Wahnsinnigen. Großartig. Es hat vieles. Ja! Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Nein, das stimmt nicht. Ein Kerl bleibt übrig, ja? Mit nur einem Auge. Wie soll der letzte Blinde das Auge von demjenigen ausstechen, der noch ein Auge hat?